Hallo und herzlich willkommen zum dritten Lernlaget der Handwerkskammer Konstanz, heute zum Thema Karriere im Handwerk, die Vielfalt der Aufstiegschancen. Mein Name ist Maria Grundler und ich arbeite in der Nachwuchswerbung der Handwerkskammer Konstanz. Fragen, die wir heute beantworten werden, sind Vorteile einer Ausbildung, welche sind es nochmal? Dann Aufgaben eines Handwerksbetriebs, was gibt es denn da alles zu tun? Und Fortbildung im Handwerk, welche Möglichkeiten hat man nach einer Ausbildung? Starten möchte ich jetzt mit einem kurzen Film zum Thema, warum nochmal eine Ausbildung im Handwerk? Ich bin mir sicher, dass einige von euch das Video schon kennen, aber ich finde den Film einfach witzig. Und er zeigt, dass die vermeintlich oder scheinbar einfachsten Dinge eben doch auch gelernt sein wollen. Also warum nochmal eine Ausbildung im Handwerk? Zum einen lernt ihr da wirklich praxisnah, direkt am Kunden, direkt mit Werkstücken euer Know-how. Ihr lernt von Profis, mit denen ihr euch austauschen könnt. Ihr könnt eigene Ideen entwickeln und die auch schnell umsetzen. Ihr könnt eigene Lösungswege finden und die auch einbringen, weil gerade im Handwerk auch kleinere Teams oft zusammenarbeiten und ihr euch direkt mit denen über Projekte austauschen könnt. Welche Aufstiegschancen habt ihr denn jetzt auch im Handwerk? Also als Schulabgängerin, Schulabgänger fangt ihr an mit einer Ausbildung im Handwerk. Die geht zweieinhalb, drei oder dreieinhalb Jahre. Danach habt ihr einen Gesellenbrief in der Hand und könnt euch dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Also in welche Richtung wollt ihr weitermachen? Zum Beispiel, wenn ihr Friseurin gelernt habt oder Friseur, könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr im Bereich Koloration weitermachen oder Haarverlängerung? Möchtet ihr im Bereich Salonmanagement weiterarbeiten? Als Konditorin oder Konditor kann man sich zum Beispiel auch noch entscheiden, ein Studium im Bereich Ernährungswissenschaften dran zu hängen. Oder ich kann mich auch dafür entscheiden, einen Meister zu machen, die Meisterin zu machen. Das ist eigentlich so die berühmteste Fortbildung bei uns im Handwerk. Was ist denn der Meister, die Meisterin im Handwerk? Man sagt ja immer so schön, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das heißt, im Handwerk kann ich einfach durch den Meister zusätzliche Qualifikationen erwerben, die auf meinen Beruf, den ich erlernt habe, zugeschnitten sind. Also ich lerne viel nochmal im Theoretischen, mehr Expertenwissen, im Praktischen. Ich lerne aber auch viel mehr Betriebswirtschaftliches oder ich lerne auch, wie man Jugendliche ausbildet. Warum machen so viele im Handwerk auch den Meister? Das liegt daran, dass es einige Berufe im Handwerk gibt, für die man den Meister braucht, wenn man sich zum Beispiel selbstständig machen möchte und ein Unternehmen gründen will. Ein Unternehmen gründen im Handwerk ist eine komplexe Sache. Ich möchte euch einfach mal so einen Einblick geben, was für eine Unternehmerin, ein Unternehmer wichtige Themen sind, die sie und er immer im Blick haben muss. Und natürlich auch die Mitarbeitenden, die in diesem Unternehmen arbeiten. Also zum Beispiel ist das Thema Strategie im Unternehmen immer wichtig. Man muss die Ziele im Blick behalten, man muss die Wünsche des Kunden kennen und man muss vor allem auch über die neuesten Entwicklungen in der eigenen Branche, im eigenen Handwerk auf dem neuesten Stand sein. Man muss immer das Thema Liquidität im Blick behalten, also die Finanzen, Einnahmen und Ausgaben. Man muss gucken, dass man die Aufträge gut koordiniert und vor allem auch abarbeitet. Und man muss auch auf so Kleinigkeiten achten, wie Preisschwankungen bei Werkzeugen oder auch Arbeitsmaterialien, mit denen ich arbeiten muss. Das Thema Führung ist als Führungskraft, also als Unternehmerin oder Unternehmer, immer sehr wichtig. Man muss viel kommunizieren. Man muss schauen, wie fordere und fördere ich meine Mitarbeitenden richtig? Und wie zum Beispiel bilde ich richtig aus, sodass die Auszubildenden am Schluss der Ausbildungszeit auch gelernt haben, was sie lernen sollten. Man muss den Bereich Markt und Kunde im Blick haben, also man muss Kundenbeziehungen pflegen oder auch gucken, dass das Image des Betriebes ein gutes ist und das natürlich dann auch mit Werbung nach außen transportieren. Beim Thema Organisation lohnt es sich immer, die Qualität im Blick zu haben und man muss die nicht nur entwickeln, sondern man muss die auch beibehalten. Man muss darüber auch die Mitarbeiter informieren und man muss auch zum Beispiel so Dinge im Blick haben, dass man nachhaltig arbeitet. Der Bereich Personal ist auch ein sehr wichtiger für Selbstständige im Handwerk, also zum Beispiel, wie mache ich meine Mitarbeiterentwicklung, wo wollen meine Mitarbeiter hin, welche Mitarbeiter brauche ich in den nächsten Jahren, um mein Unternehmen auch weiter erfolgreich zu halten. Wie kann ich die Mitarbeiter unterstützen und wie mache ich auch, wie plane ich auch die Arbeit so, dass alle Mitarbeitenden Abwechslung haben und auch zufrieden sind im Unternehmen. Das sind Dinge, die man als Auszubildender oder Auszubildende im Grundzug natürlich schon mitbekommt, aber wo man sich doch auch noch ein bisschen weiterbilden muss, um nachher auch all diese Dinge im Blick behalten zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finanziert ihr euch Weiterbildungen nach der Ausbildung? Da gibt es einige Möglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel sehr gute Noten habt, könnt ihr bei praktischen Leistungswettbewerben teilnehmen und euch dann für ein Stipendium bewerben. Ihr könnt euch auch mit sehr guten Noten, also Note 2 und besser, für ein Stipendium bewerben und wenn ihr dieses Stipendium erhaltet, bekommt ihr Förderungen von bis zu 7200 Euro in drei Jahren. Das heißt, ihr könnt Fortbildungen machen in diesen drei Jahren, die über dieses Weiterbildungsstipendium dann finanziert werden und ihr müsst nur 10% Eigenanteil an den Fortbildungen tragen. Seit 2020 gibt es auch die sogenannte Meisterprämie. Das heißt, jeder und jede, die einen Meistertitel erfolgreich erwirbt, bekommt 1500 Euro als Prämie obendrauf. Und es gibt auch immer die Möglichkeiten, über Fortbildungsförderungen eine Fortbildung auch zu finanzieren. Hier nochmal ein paar Links zu Informationen zu Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk. Unser YouTube-Kanal hält einige Videos bereit von Selbstständigen im Handwerk oder auch jungen Leuten, die eine Ausbildung machen oder auch jungen Leuten, die eine Fortbildung machen. Wir haben regionale Infos zum Thema Fortbildung auf unserer Handwerkskammerseite eingestellt. Zum Thema Weiterbildungsstipendium findet ihr dort auch was. Wir haben einige Seminare und Fortbildungsgänge, wo ihr euch mal umschauen könnt, auf der Seite der Bildungsakademie. Und falls ihr euch wirklich schon für das Thema Selbstständigkeit mehr interessiert, ist hier auch noch ein Link zum Thema Selbstständigkeit im Handwerk. Ich möchte mich jetzt herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt wieder die ein oder andere Anregung mitgenommen und möchte euch jetzt bitten, das Arbeitsblatt 3 oben auf Karriere im Handwerk zu bearbeiten. Vielen Dank und bis bald!